Im zweiten, dritten Klass, Gymnasium, das das erste Mal die Jugendkultur an mich herangetreten ist. Zuerst einmal in Form von Bravo, wo ich mit zitternden Händen das erste Mal Bravo gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie etwas ganz, ganz Wildes. Zuerst du, ich bin nicht alle trug, der Mondtag und Mittwoch und Samstag, dazwischen stängen mir die Ohren im Gesicht, aber das ist kaum traurig, sie ist. So ein Edi Merrill nach Hause schwimmt und halt durch alle Pools, wie sie dann später herausstellt, am Heimweg schwimmt und dann halt so Leute aus seinem Leben trifft, wieder trifft. Teilweise wenn es so 60er-Jährige Poolpartys und so weiter und da streckenweise sehr, sehr schön gefilmt, aber im Großen und Ganzen einfach völlig daneben, sagen wir jetzt einmal völlig daneben, aber leicht daneben. Das war einfach so gefühlsmäßig, das war halt ein guter Anlass, da irgendein Projekt aufzugründen. Das war schon Easy Listening mit ein bisschen einer anderen Absicht, also so mit Versehen, mit Wiederhaken oder so. Eigentlich ist trotz Dialekttexten müsste ein Mensch in Kalifornien die Schwimmermusik genauso stehen. Ein Wort von Grundlagenforschung Ich würde sagen, weil das einfach in Bereiche vordringt, wo man vielleicht selber noch nicht war oder wo vielleicht auch noch niemand war, jetzt pathetisch gesagt. Und so ähnlich wie halt ins Bergwerk gehen und da irgendwie Edelmetall rauskratzen aus der Erde, so auf die Art kommt mir das vor. Und sozusagen ein bisschen die Essenz auch rausholen wollen, auf unsere Art. Das heißt, wir arbeiten sozusagen mit Zitaten, die aus einer Stilistik kommen und setzen, die vielleicht auf unserer Art neu sind. Aus dem eigenen Futterneut würde ich sagen, er ist der zweitleibendste Musiker der Stadt, aber in die Top 5 ist er auf jeden Fall dabei. Ja, das würde ich schon so sagen. Der wird kommen und wir sind auch immer da. Wir essen und werden singen, werden tanzen und werden spielen. Die Arbeit ist glücklich. Die Arbeit ist glücklich. Das Wetter kann kommen, der Regen bei der Nacht. Die Arbeit ist glücklich. Die Arbeit ist glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020